Ok, was ist hier? Warum dampft es hier? Achso, weil hier ein Wasserfall ist. Cool, cool, cool. Hier ist die Gischt. Wieder irgendein Samen. Weicher Glockenblau Stern Nabu Grün. Weißt du Bescheid? Da oben kann man hin, so wie es aussieht. Lass mal den Weg freimachen. Kann man doch nicht. Ok, dann egal. Hallo, Mosey. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosey. Wir können Mounds? Wir können Mounds haben? Oh, was ist das? Nice. Wir können uns Mounds holen anscheinend. Vollbart. Vollbart und Fokuhila. Ja. Nice. Cooler kann man ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ich mein, wie soll das gehen? Okay, jetzt nix. Reden wir nochmal mit Mosey. Die hatte mehrere Sprechoptionen. Echt? Wie geht noch cooler? Wir sind Bocklinge auf Kobo gelandet. Das haben wir Grease zu verdanken. Er hat sie zufällig eingeschleppt. Zumindest habe ich das gehört. Schnaußern. Oh ja. Ich hab's gesehen. Warum sollte jemand einen Bockling töten? Ganz genau. Du kannst sie nicht essen. Du kannst sie nicht häuten. Nicht mal mit ihnen handeln. Einer der Bosse der Battling Raiders hat sie zum Spaß abgeschossen. Wo ist dieser Kerl jetzt? Keine Sorge. Ich hab mich schon darum gekümmert. Schön. Pornobalken, Fokuhila und Monokel. Und ich kenne Brutus hier schon seit meiner Landung. Okay. Kann ich das hier nicht irgendwie scannen? Jetzt will ich mal gucken, was da hinten gerade für ein Vieh angeschissen kam. Was war das hier hinten? Was ist das für ein Vieh? Da ist es. Toll. Die so richtig angreifen wollen die ja nicht. Oh. Okay. Wie viel Attack macht der eigentlich hintereinander, der Sack? Erstmal scannen. Kann ich nicht, weil ich noch in Fight bin. Okay. Also, wieso kann ich das nicht scannen? Jetzt kann ich scannen. Ich bin schon wieder fast tot. Haha. Schlinger. Okay. Kannst du mir helfen? Ich bin schon wieder fast tot. Das ist doch sehr gut. Ist das hier ein Heilgewässer? Und kein Secret hinterm Wasserfall. Aber guck mal. Wir werden sogar nass. Glaube ich, oder? Oder sieht es nur so aus? Ich glaube, wir sind nass. Cool. Was ist das hier? Oh. Die erschrecken mich immer so, die Viechers. Steine kaputt machen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang soll. Okay. Hier kann ich noch lang. Da geht es nicht lang. Nach da hinten muss ich. Das heißt, ich kann hier schon erstmal noch in die Richtung erkunden. Ich weiß. Was war das Ditte? Wissen wir nicht. Hier sind irgendwelche Markierungen überall an den Wänden. Das heißt doch was. Das hab ich gesehen. Der konnte mich jetzt nicht überraschen. Noch ne Markierungen. Hier auch. Hier kann ich aber hoch. Hier ist irgendein Jumping Puzzle. Okay, ich bin grad in irgendeinem krassen Secret-Gebiet. Huhu, Leute. Huhu. Hier ist so ein Viech. Könnte ich theoretisch von oben drauf springen. Zoraia, huhu. Was ist er für einen? Ja. Gut gemacht. Bramlik. Yo. May the force be with you. Oh, oh. Okay. Dachte jetzt schon. Oh. 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 Ich sehe Loot. Hä? Warum wurde... Da wurde grad ganz kurz, ganz kurz One-Shot angezeigt. Wahrscheinlich wegen dem Vieh, was hier war. Ich konnte von Anfang an eigentlich sämtliche Farben auswählen. Also Violett, Weiß, Orange, Grün, Blau, Indigo. Die konnte ich von Anfang an einfach auswählen. Drei. Oh. Was bringt das, dass ich hier oben bin? Nix. Gut zu sein bringt nix. Dafür komme ich hier hin. Ich dachte, das sah aus wie ne Höhle. Sieh dir den kleinen Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Oh, naht. Okay. Ah, cool. Wieder irgendein Upgrade. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne. Fähigkeiten. Oh, Fähigkeitenpunkte erhalten. Nice. Natürlich gut. Hier sind Bock links. Hi. Genau so. Wir haben auch nicht sehr viel Angst. vor uns. Okay, da müssen wir jetzt eigentlich mal das große Vieh zerschnetzeln, oder? Aber wozu? Bringt da eigentlich nix? Da hat man nämlich glaube ich auch sonst nix mehr groß. Da unten ist noch irgendeine Seilbahn. Da müssen wir vielleicht mal hin und da ist auch noch irgendein Weg in eine Höhle. Gehen wir mal kurz zu dieser Seilbahn, die eröffnen. Oh. Oh. Wenn die von. Wenn die da drin sind. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viele sind. Da habe ich jetzt irgendwie nicht mitgerechnet. ohne einen garten kann ich damit nichts anfangs droide gewehr ich würde schon sagen davon will ich einen one shoten aber wir können das natürlich auch so machen toll der hat das überlebt muss jetzt aber nicht sein ok jetzt haben wir eh ein ding ok das war gut bin ich hier auch theoretisch schon unten aber so weit unten will ich eigentlich noch gar nicht sein hallo kell was tust du da what the fuck springt der hin ey hier ist hier so ein vieh im boden ja ich bin ein mandalorian muss ich erstmal diese kleinen viecher da kaputt machen oder da ist noch eingang wo ist der eingang in dieses gebäude dieses gebäude ist definitiv anders als die übrigen gut gemacht wo ist das es rennt weg sieht aus wie eine datendisk gefunden schrottsammler droide sind die so ähnlich wie die wie diese titanit wie die titanit käfer aus dark souls oder was was hat mir die datendisk jetzt gebracht oh hier ist noch ein secret ist die titanitik die titanitik ist die titanitik und die nutzen die halt irgendwie diese droiden die titanitik so ich muss jetzt mal weiter hier raus ach ich bin immer noch zu weit unten im boden dass die karte sich richtig updatet so hab ich jetzt genau jetzt habe ich hier alle ne da oben ist noch ein weg da was ist denn das da für einen also das der normale da oben ist noch was da kann man noch weiter nach oben anscheinend wie kommt man da hin da drauf und hier gar nicht oder noch weiter nach oben muss auf dieses gebäude hier irgendwie drauf so jetzt hat mich der andere gesehen dropkick oh ah nein oh ich glaube ich sterbe nein ist der gut ausgewichen ey scheiße bin ich hier jetzt überhaupt ich glaube ich bin aber nicht so weit weg alles gut ich bin nicht weit weg aber jetzt muss ich halt leider gegen dieses arschlochvieh kämpfen weil sonst kriege ich meine seele nicht wieder aber ich kenne weg um das gut zu killen hier kann man ja von oben auf das vieh runterjumpen glaube ich eigentlich wollte ich ja das große vieh noch gar nicht triggern weil da ja noch die zwei klein waren und die wollte ich ja zuerst die wollte ich ja zuerst in ruhe killen diese beiden kleinen da die müssen halt erst weg sein dass ich anständig gegen das große kämpfen kann obwohl wenn ich da oben auf dem auf dem plateau bleib kommen die vielleicht gar nicht hoch aber gegen das große und die kleinen zu kämpfen ist halt auch echt assi vielleicht wenn die weg sind gerade wenn die ihre runde laufen wo ist denn jetzt das große hin das große vieh ist irgendwie im boden versunken und gestorben habt ihr das gesehen? das große vieh war hier unten ist dann im boden versunken und ist anscheinend drauf gegangen dabei die ecke ziehen da mit fgs töten ja das ist eigentlich immer eine gute taktik was für ein drohende bist du eigentlich? ich bin ein für im tragelohn und schweren beschloss von spieler kommandos und wieder schwer wie x-reihe das ist genau der Weg die wir brauchen um hier alles auf den kopf zu stellen diese bocklinge das war ja eigentlich oben drauf guck mal was war hier nochmal? ach so hier waren wir hier war, hier wollte ich nicht hin eigentlich da oben drauf da komm ich glaube ich nicht so ohne weiteres oben drauf ich glaube nicht ich glaube da komm ich nicht so ohne weiteres drauf ok dann machen wir erstmal weiter das war cool gucken wir jetzt mal wie es da hinten bei dem normalen Weg weiter geht und hier hier ist nur das wieder ok dieses gebäude vor allem diese macy da als wir die gerade getroffen haben die hat gesagt ja ab hier dürfte es kein problem mehr sein ab hier passiert nichts mehr und was ist es sind überall irgendwelche kreaturen und auch druiden und raider die gegen mich kämpfen wollen und auch irgendein großes Vieh was so fett ist dass es einfach durch den Boden fällt und stirbt guck mal da hinten da hinten leuchtet auch was da hier kann man schon viel erforschen auf dem Planeten Planeten so wie es aussieht und es gibt irgendwie tausend Speicherpunkte hier an dem gebäude können wir anscheinend gerade nichts machen 2 warte mal warum stand da gerade 2 warum stand da gerade 2 hier warum ok ok das hat irgendeine krasse irgendein krasses Schild und weswegen ich da nicht ran komme mehr kann ich hier auch gerade gar nicht machen ach doch hier ist was ein schlechter Fund ok passt erstmal erstmal in Ordnung da hinten sind druiden da hinten sind druiden sogar 2 von diesen scheißigen schießdruiden ich weiß überhaupt nicht wo ich hin muss doch da hinten ok da muss ich hin ok ok hast du jemals berechnet hier unsere Effortsquote ohne die beiden druiden da habe ich jetzt echt wenig Lust ich würde gerne zu dem Speicherpunkt da aber ich glaube da komme ich doch da komme ich hin da komme ich sogar hin aber da ist eine fette Patrouille davor ich glaube der hat mich gerade in irgendwelche gelegt da habe ich noch einen Gegner reingelockt ja da kommt irgendwas angeschissen ja ok 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 scheiße erstmal auf alles war hier nicht gerade noch ein Seil hier war doch gerade noch ein Seil oder nicht ok ich habe mir das Seil eingebildet dafür habe ich irgendwelche Hühner gepullt ich habe irgendwelche Hühnchen aus einer Höhle gepullt oh da hinten leuchtet noch was das hole ich mir zuerst noch mehr von diesen Hühnchen ich muss unbedingt erstmal weitermachen um einen Speicherpunkt freizuschalten lasst euch das allen eine Lehre sein wenn ihr in meinen Außenposten kommt jage ich euch und erlege euch eigenhändig so mal ah hier ist ein Speicherpunkt sehr gut jetzt will ich aber trotzdem nochmal schnell gegen so ein Hühnchen kämpfen die schwierig sind ja okay rafka da kann ich auch noch nichts tun da kann ich nicht hoch ok 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 Ravka, so heißt dieses eine Land in Shadow and Bone Was man hier alles erkunden und machen kann, ey Da lobe ich mir doch Half-Life Half-Life von 1998 Da kann man einfach nur geradeaus gehen Da gibt es nur einen Weg und den geht man einfach Muss man nicht andauernd hin und her und gucken, wo lang und wie und was Man geht einfach den einen Weg, den es gibt Hey, ich hab nen Vorschlag für dich Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht, lass hören Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört Das stimmt, kleiner Droide Die Sache hat das Zeug zur Tragödie Wie fast alles auf Kobo Prospektoren haben nach Priorit gesucht Die Mine ist voll mit dem Zeug Aber diese Leute zu retten Das ist natürlich das Wichtigste Ich seh mir das mal an Jetzt sind wir im Geschäft Die Mine ist leicht da drüben Kannst sie gar nicht verfehlen Finde die verschuldeten Prospektoren Jetzt haben wir eine Nebenquist Hast du diese verschwundenen Prospektoren schon gefunden? Ja, sicher ist meine Belohnung Komm schon, wir brauchen Antworten Okay Gut, dann speichern Machen wir eine Pause Okay, ausruhen Fertigkeiten Und ich kann mehr Lebenspunkte sammeln Obwohl, ich brauch da eigentlich Ne, wartet mal Ich brauch eigentlich mal wenigstens eine Attacke Mit dem Ach, Shit Mit dem Doppellichtschwert Damit ich mal wenigstens auch gut reagieren kann Abstandshieb Woher will ich überhaupt hier was von? Halte und drücke dann links Um anzugreifen und nach hinten zu springen Um Distanz zum Ziel zu schaffen Schauen wir uns das mal an Wie das aussieht Könnte gut sein Was ist das? Abgewickelte Schläge Verzögere die Eingabe von Linksklick Um mehrere schnelle, gezielte Schläge zu machen Schlangenbiss Okay, das ist schon eine krasse, lange Kombo Aufteilen, das Reflektieren Das ist nicht schlecht, glaube ich Konzentriertes Parieren Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du elf loslässt Hm Gefällt mir nicht so ganz Präzises 2 geben So richtig gefallen mir die Skills ja nicht, muss ich sagen Von zwei Schwerter Das ist nur 1000 Sachen werfen So richtig gefällt mir das ja alles nicht, die Skills, die man hier so machen kann Gucken wir mal bei Doppelklinge, vielleicht ist da was Gutes bei Tudelsprung Okay, ein loser Hurrikan Okay, also da sind schon krassere Sachen bei, aber So richtig gefällt mir das auch nicht Es gibt gleich, ich will, das sind alles so Attacken und Fähigkeiten Die so ewig, die so ewig lange Animationen haben und ich finde in dem Spiel kann man sich das überhaupt nicht erlauben Irgendwelche super lange Animationen zu machen, weil man muss so schnell reagieren Ich will am liebsten einfach nur einen Skill, den man einmal drückt, dann kommt ein Skill und der macht viel Schaden Genauso wie in Fall in Order, da konnte man mit so Doppelschwert, dann konnte man so einen Schlag von oben machen Der hat super viel Schaden gemacht Den konnte man aber auch nur reinbringen, wenn der Gegner gerade irgendwie gestunt war, aber der war einfach super stark Und sowas hätte ich gern wieder Aber das gibt es irgendwie nicht so richtig Dann nehme ich erstmal wieder Lebenspunkte So, den einen sparen wir mal noch, falls wir mal resetten müssen Ausruhen habe ich, okay Alles klar So Aber wir werden jetzt auch erstmal eine Pause machen Ich habe jetzt heute schon wieder vier Stunden gespielt Und bin schon lange am Stream und muss mich jetzt auch langsam ums Abendessen kümmern für heute Darum werden wir jetzt eine Pause machen Ich werde hier das Spiel erstmal beenden